Hallo, mein Name ist Klaus Steinbacher. Ich bin in diesem Jahr für Missio München gemeinsam mit der wunderbaren Tänzerin und Choreografin Laura Saumweber nach Nairobi gereist. Wir haben dort einen Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche gegeben, zum Thema Inbetween, dazwischen. Am Ende dieses Workshops hat ein virtueller Austausch mit einer jungen Tanzgruppe der Schauburg München stattgefunden. In diesem Film erzähle ich euch von dieser für mich ganz besonderen Reise. Die Kinder und Jugendlichen, die an unserem Workshop teilgenommen haben, kommen entweder aus sozialen Einrichtungen für ehemalige Straßenkinder oder werden durch ein Projekt für geflüchtete Familien von der Caritas Nairobi und von Missio unterstützt. Hier treffen wir Schwester Modesta, eine unglaublich lebendige und engagierte Frau. Sie hat auf kenianischer Seite den Workshop organisiert und stellt uns jetzt die Einrichtungen und Projekte der Caritas vor. Vor allem geht es darum, die Hintergründe und das Leben der teilnehmenden Kinder kennenzulernen. Erste Station ist das Rescue Dada, eine Einrichtung für Mädchen, die auf der Straße gelandet waren. Leiterin Mary Ann Gattitu erklärt uns, wie die Mädchen wieder stabilisiert werden und das auch mit ihren Familien gearbeitet wird. Ziel ist es, sie wieder zu vereinen oder Ersatzfamilien für die Mädchen zu finden. Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Rescue Dada haben uns gleich schon mal tanzend empfangen. Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Weiter geht's auf unserer Fahrt durch Nairobi. Das nächste Ziel ist das Quetu Home of Peace, in dem Straßenjungen ein neues Zuhause gefunden haben. Wir kommen an und merken direkt, hier geht es wilder zu. Wir geben schon Gas, aber es ist nicht langweilig. Wir erfahren, wie sich die Jungen wieder an ein geordnetes Leben weg von der Straße gewöhnen sollen. Eine wichtige Funktion haben ehemalige Heimkinder aus dem Quetu Home, die nun als Betreuer arbeiten. Und wieder wird getanzt. Dann zeigen uns die Kinder das Gelände und ihre Schlafräume. Ihre Energie ist umwerfen. Und diesen Song haben übrigens Jungs aus dem Quetu Home selber geschrieben. Wir machen, wie ich meine Schlafräume über die Schule erin hat. Und diesen Schlafräume von der Brüche, in den Rats und den Flächern. Und den Flächern. Wir haben uns die Schlafräume über die Menschen in den Flächern. Die nächste Station führt uns zu geflüchteten Familien, die in Nairobi gestrandet sind und von Missio unterstützt werden. Die Kinder in den Vierteln begegnen uns fröhlich, aber die Geflüchteten, beispielsweise aus dem Kongo, dem Südsudan oder aus Äthiopien, berichten uns von ihren schweren Schicksalen. Oft verdienen sie ihren Lebensunterhalt mehr schlecht als recht mit dem Verkauf von Schales oder Taschen auf der Straße. Die Caritas berät sie, wie sie ihr Geschäft verbessern können, verteilt Lebensmittel und ermöglicht eine Berufsausbildung oder Starthilfen für die Selbstständigkeit. Wir haben verschiedene Familien besucht. Manche leben in Blechhütten oder sehr kleinen Wohnungen. Diese Familie teilt sich zu fünft einen kleinen Raum. Die Kinder aus den Flüchtlingsfamilien haben anfangs niemanden beim Workshop gekannt. Deswegen hat es mich bei ihnen besonders beeindruckt, wie schnell sie sich öffnen konnten. Also ich freue mich, dass es so an verschiedenen Orten eine Mischung aus so Tänzen gibt und dass wir das dann quasi zusammen aufführen. Sondern auch sozusagen eine andere Welt kennenlernen, dass man neue Leute kennenlernt, dass es einfach mal so weiter weg ist und dass es auch trotzdem eine Verbindung wird. Hier seht ihr den Anfang unseres Workshops. Durch diese Videos konnten sich die Kinder und Jugendlichen aus Nairobi und München schon mal ein bisschen kennenlernen. Und dann wurde endlich gemeinsam getanzt. In Nairobi und in München. Dazwischen halt. Virtuell verbunden über eine große Leinwand. Wir haben das Thema Inbetween dazwischen im Gespräch und Tanz aufgearbeitet. Vor allem aber ging es um den Spaß im Austausch und der Bewegung. Eine große Unterstützung war Jermaine Nixon. Der kenianische Tänzer hat gemeinsam mit Laura den Tanzworkshop angeleitet und mit den Kindern Choreografien entwickelt. Der Tanz stand im Mittelpunkt. Aber bei Inbetween ging es noch um viel mehr. Es ging um Wertschätzung, neue Erfahrungen, Austausch mit Nairobi oder München und Selbstwirksamkeit. Und nicht zuletzt um abwechslungsreiche Mahlzeiten. All das ist für die 17 kenianischen Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin sehr dankbar für die Begegnungen und die Zeit mit den Kindern und Jugendlichen. Ich hoffe, dass die Jugendlichen ihrerseits viel Kraft aus dem Workshop schöpfen konnten. Asante Sana Untertitelung. BR 2018 I just stopped fearing, then I just danced and stop remembering that people are just, I'm just between people and just dancing. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020